wir sprechen heute über das feste shampoo von klar das habe ich jetzt einige male ausprobiert und was ich von diesem shampoo halte das sage ich dir nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und heute sprechen wir über das shampoo von klar das habe ich jetzt schon einige male ausprobiert man sieht so ein bisschen ich werde etwas einblenden an dem schriftzug also es fehlt schon ein zentimeter von meinem festen shampoo das ganze sieht diesmal aus wie ein eine seife ist aber ein festes shampoo und ich finde diese konsistenz total interessant also es wirkt richtig seife ich ist aber von den inhaltsstoffen eben ein festes shampoo noch mal zur erklärung eine shampoo seife ist wirklich was verseiftes und das hier ist wirklich ein shampoo ohne flüssigkeit sozusagen also sowas kannst du auch super gerne in urlaub mitnehmen und bekommst kein ärger weil du das super gut in die tasche packen kann weil es keine flüssigkeit ist ich habe hier ein shampoo für fertiges haar und das habe ich deswegen auch damals gekauft gehabt weil ich die pille abgesetzt habe und jetzt übelst fertige haare habe und bei fertigen haaren musst du aufpassen dass du deine kopfhaut nicht austrocknen weil wenn du deine kopfhaut austrocknen werden die haare noch fertiger und da bin ich auf klar gestoßen und habe mir dann das shampoo gekauft es gibt einen kleinen nachteil an dem festen shampoo es ist verdammt viel es ist richtig viel also diesmal haben wir hier wirklich tatsächlich 100 gramm shampoo und das wird eine weile lang heben also ich verwende das shampoo jetzt fast schon einen monat und habe vielleicht gab mal einen zentimeter verbraucht da könnt ihr euch vorstellen wie lange das noch hält wahrscheinlich ein ganzes jahr nicht ganz weil ich habe ja auch noch unterschiedliche shampoos sich zwischendrin verwende aber ich habe das jetzt mal gezielt für euch ausprobiert und zu gucken wie meine haare reagieren ich habe sehr schnell suchen richtig schönes gefühl ein weiches gefühl in den haaren gehabt die haare haben sich sauber angefühlt man bekommt tatsächlich auch so ein quietschiges gefühl wo man wirklich immer gedacht hat man braucht sodium laurelsulfat dass die haare überhaupt sauber werden nein damit funktioniert auch und ich gebe mir auch ab und zu so ölkuren auf die kopfhaut und dann muss ich natürlich was verwenden wo das wieder raus gewaschen wird weil ich habe zwar viele haare aber ich habe feines haar und das wird sehr schnell wenn da nur so ein bisschen öl in den haaren drin bleibt sieht es bei mir katastrophal aus und ich habe das tatsächlich ich musste natürlich dreimal über die haare gehen aber ich habe es mit dem wirklich rausgekriegt das ist richtig genial also vor allem auch bei mir und bei meiner haarstruktur ist es eben wichtig dass wenn ich die haare wasche dass die haare hat quietsch sauber sind durch das dass sie eben fein sind und dann auch sehr schnell richtig belegt sind hat das richtig gut funktioniert ich verwende nach jeder haarwäsche eine saure rinne funktioniert für mich hat einfach super gut und man bekommt auch so glänzen in die haare also grandioses produkt muss ich sagen bevor ich vergesse ich habe nachdem ich dieses produkt hier gekauft habe ich zeige euch mal die verpackung nachdem ich dieses produkt hier gekauft habe habe ich mal klar angefragt ob sie euch nicht einen rabattcode haben den haben sie bis ende des jahres könnt ihr noch mit dem rabattcode klarkoko 15 prozent aufs ganze sortiment abstauben und dass diese firma ahnung hat die bestehen schon seit 1840 müsst ihr euch mal vorstellen bei dem schriftzug erste assoziation war das kenne ich von irgendwo das habe ich mal irgendwo gesehen ich kann aber bis heute nicht sagen wo ich es gesehen habe also sie sind auch ein bisschen spezialisiert auf rasur seifen und so weiter den online shop habe ich euch unten als ersten kommentar mal verlinkt da findet ihr auch nochmals den rabattcode kommen wir auf die inhaltsstoffe hier ist eben kein sodium laurelsulfat drin ich war immer der meinung sulfate sind dafür zuständig dass ein produkt schäumt das ist nicht ganz falsch aber es kann auch mit anderen bestandteilen das erzeugt werden und für mich ist es von der ich sag mal von der psyche her einfach besser wenn so ein produkt eben schaum abgibt dann habe ich das gefühl ich werde auch richtig sauber was eigentlich nichts damit zu tun hat ihr könnt genauso mit natron eure haare waschen und matron schäumt nicht oder mit roggenmehl ich habe einfach gemerkt diese methoden taugen mir speziell nicht weil ich eben dieses schaumgefühl brauche und ihr habt ihr einen ganz besonderen schauen der ist nicht wie bei einem normalen shampoo sondern der ist so ganz fest und es macht einfach spaß sich damit auch die haare zu waschen ich habe selbst ölkuchen eben aus den haaren rausbekommen hat das produkt dreimal angewendet damit auch alles aus den längen draußen ist und es funktioniert hat das funktioniert wirklich ich krieg oftmals von meinen zuschauern gesagt ja ich hab schon dies das ausprobiert und feste shampoos gehen bei mir nicht nicht jedes feste shampoo ist gleich und jeder hat da so ein bisschen einen anderen kniff man merkt wenn man das shampoo hier ab braucht dass da so verschiedene schichten sind sie bedienen sich einem speziellen walz verfahren das ist halt ihr kniff damit das shampoo noch langlebiger sein soll dazu kann ich jetzt nicht so wirklich was dazu sagen weil eben andere produkte die ich bis jetzt schon getestet habe eben auch eine spezielle langlebigkeit haben ich mag dieses dieses gefühl man hat doch so ein bisschen das gefühl hat ob man irgendwie eine seife in der hand hat ist es eben nicht ist ein festes shampoo man muss da klar unterscheiden ja also ich habe auch schon in unterhaltungen mit amodenten von mir oder mit zuschauern von mir oftmals mitgekriegt das eben festes shampoo mit shampooseife eben durcheinandergebracht also verwechselt wurde das eine hat mit dem anderen nichts zu tun außer dass es eben für die haare aus und das ist eben ein shampoo ohne flüssigkeit ohne feuchtigkeit eben ein trockenes shampoo und das lässt sich halt wunderbar eben wenn du mit dem flieger irgendwo hin fliegt lässt sich das wunderbar mitnehmen sei doch mal gesagt das wird auf der internetseite auch noch mal deutlich gemacht es werden im jahr 200 millionen duschflaschen und shampoo flaschen verbraucht und damit verbraucht man es eben nicht also ich bin jetzt schon eine ganze weile dabei eben festes shampoo zu verwenden mit einem kleinen ausreißer weil ich probleme mit der kopfhaut hatte da musste ich ein spezielles shampoo nehmen und bin jetzt eben wieder beim festen shampoo angekommen und das reinigt einfach ja also ich hatte wirklich kopfhaut probleme und das ist immer noch nicht so ganz in ordnung aber mit dem shampoo ist es einfach super und durch das dass ich eben fettige haare inzwischen habe so richtig fertig also innerhalb von einem tag fertig war ich froh dass ich das eben gekauft habe und dass ich das jetzt anwende das wirkt halt eben auf den haarzyklus bei mir oder den waschzyklus nicht den haarzyklus auf den waschzyklus noch mal positiv ein nicht dass die kopfhaut ausgetrocknet wird und durch das austrocknen eben noch mal extrem nachgefettet wird hier ist aloe vera enthalten was nun ein bisschen feuchtigkeit für die kopfhaut spendet was eben gerade wichtig ist wenn du fettige haare hast und fertig die haut war mir lange nicht klar war mir lange nicht klar das hat mir erst eine kosmetikerin gesagt und dann habe ich mal angefangen mit feuchtigkeit zu arbeiten und das macht wirklich viel aus ja also wenn man eben nicht ständig austrocknet weil dieses austrocknen eben wieder zu einer fettigen haut oder fettigen haaren führen kann hier hast du natürliche inhaltsstoffe demnach ist es auch naturkosmetik aber hier hat man keine kein zertifikat ihr müsst einfach wissen dass diese siegel dem hersteller unwahrscheinlich viel geld kosten also kein siegel klar hat aber einzelne produkte im onlineshop die im siegel haben kann man gucken ich verlinke hier unten den onlineshop guckst du einfach nach und denkt noch mal daran wenn du einkaufst meinen rabattcode anzugeben klar coco alles groß geschrieben da kriegst du 15 prozent auf das komplette sortiment ich melde mich jetzt mal wieder ab sagt danke fürs einschalten gibt mir doch einen daumen nach oben falls dir mein video gefallen hat ihr wisst mein abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut